ist das so blieb ich bin auch ja ich auch und wie machst du das jetzt scheiße ich darf nicht lachen guck mal wie der fliegt ich hab wie süß ja ich geh jetzt einfach rein ui was seh ich denn da eine rmo kopierte hut ui das seh ich gern das wird ja sicher gut kommen hat alles geleckt wo ich drauf bin so ein österreichster war das nur was war das da gerade ich muss überfahren ich sehe aus wie ein stück scheiße alter was ist das hier für eine einreise oder ich bin komme ich über ein container schiff oder was eingereist ist das der sinn dahinter da ist der ohr hallo 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 es kommt ja nicht mehr weg hallo 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 hab ich da gerade jemand überfahren ich weiß nicht du kommst da Oh geil! Rumpe am Start! Hahahaha Hörn, wir machen fest! Rumpen, wir machen fest! Mach die Rumpe! Mach die Rumpe! Scheiße! Herr Rumpe, ich liebe sie! Herr Rumpe, ich liebe sie! Wir lieben uns 3.000 Euro! Ich liebe sie! Pfff! Pfff! Hahaha Wir sind fast gestorben gerade! Alter, mein Leben ist komplett weg! Ach, leck mich am Arsch, Alter! Leute, das ist das, was ich euch sage! Ich streame etwas und ich kriege die krassesten Bugs hin, die es gibt! In den Garten? Iiih! Alter! Glaubliche Szenarien! Wieso sitz ich nicht alleine im Wagen? Weil nur für viel... Das war mir wieder scheiße! Fass vor, weiter! Könnt ihr uns nicht... Könnt ihr uns bitte warnen? Warum? Der hat es schon agiert! Nur zur Info, da gibt es diese... Hallo! Hahaha, da suche ich auch ein! Mein Magazin ist voll! Ich fass nicht! Ah! Ah, da sind mehr! Ah! Hilfe! Ah nein! Ich bin einfach reingegangen, weil ich gedacht hab, das kann verdrehen! Warte, Phil, warte, Phil, warte, Phil, warte, Phil, warte, Phil! Du bist so ein Idiot! Ein bisschen schöner, ich zieh auch nochmal was an... Ja, ja, ja! Hä? Das ist eine Tilei, ey! Na gut, das klingt, dass wir ein I drin haben... Ja, noch... Ich kann das nicht schreiben, ich bin zu blöd dafür! Ta... Ta... Ich auch nicht! Ich kann das Wort nicht schreiben! Ich kann das Wort nicht schreiben! Nee, oder? Was? Das gibt's ja nicht! Könntest du es alle nicht schreiben? Seid sie komisch? Ja, ich hätte es aber auch nicht schreiben können! Du solltest es schreiben können! Wenn du das wie immer... Ach komm! Das ist scheiße mit dem Schreiben! Was ist ein Croissant, oder? Croissant? Was ist das denn? Ich hab noch nie mal mit dem Croissant geschrieben! Aber, äh... Hä? Hä? Aber weißt du, was ich komisch finde? Warum machst du einen Grasblock mit Dirt obendrauf? Ja, das ist schön! Das ist doch andersrum! Das ist... Das ist... Ah, ja! Du bist ein Trautl, das ist unglaublich! Unklar, na wirklich! Also jetzt nachtest du sie... Hä? Wie kann man so... ...gestört sein? Du wolltest! Und sag jetzt nicht, das ist ein... Das ist ein... Das ist ein Emeraldblock mit Dirt obendrauf, und den gibt's nicht! Untertasse! Genau, wie so ne Untertasse! Genau, wie so ne Untertasse! Was ist... Achso! Ich dachte... Ahaha! Ahaha! Oh, ich konnte nicht gar nichts sagen! Was?! Andrea, du weißt... Andrea, du weißt, was das da in der Hand ist, ne? Ahaha! Wie ist der Hut?! Ahaha! 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 Ich weiß nicht, was gut ist! Eigentlich nur schlecht! Ahaha! Eigentlich nur schlecht! Ahaha! Ich hab ur-scheiß-Lebens, muss ich nur sagen! Ahaha! 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 Weiß... Keine Ahnung, Alter! Ahaha! 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 Ahahahah! Again, seriously?? Perfekt. Worut leilio? Ach Scheiße! Komm, da geh ich wieder raus! Ahahahikazeutsch... Ahahahah! Jetzt ist dein Leo! Schreiener kerchiefziel ist eine Paper 거야! Keine Ah! Ok! Dann bleibe ich direkt auf der Löwe Daisy! Au, jetzt hab ich Kopfschmerzen wegen dem Husten Wo bist du? Ich war mal zum Frühstück da Ich glaub, wenn dein Mutter Fortnite spielt, nehmt ihr mal den Controller in ihr Muschi. Da wibliert der immer Was ist falsch mit dir, Bruder? Nichts ist, steht der Teller Seitdem ich drin bin, steht hier kein Teller Also ich weiß nicht, muss man den nicht kaufen zuerst? Das ist fucking weird, nein Bitte, Guys Ich spiel das Spiel schon ein bisschen zu lange, um mich hier zu verarschen zu lassen Keiner verarscht dich Es war halt wirklich kein Teller da Was soll ich denn sagen, ich hab's jetzt sogar nachgeguckt Mein Freund hat geliebt Weil er keinen Bock auf sowas hat, ich hab keinen Teller Es ist legit kein Teller da No, alles gut Ich lief euch auch Es bringt sich nix Ihr seid doch, hallo, es hat keiner Teller genommen Bist du wieder beweist? Ich schick ihn dir Nein, alles gut, alles gut Jetzt sind alle anderen wieder schuld Weil der Teller weg ist Hier haben wir uns einfach einen Teller von Timm genommen Pfff Ich seh jetzt auch Und die sagten irgendwas schuld von uns, weißt du Die gehen uns die Schuld, wir haben nichts gemacht Das ist richtig... AAH MEI KULT Pfff Pfff Alter 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 Jetzt hab ich grad eingeschissen Ey, ich schwe- Ich meine, du, ich bin dir aber ganz ehrlich, hätte ich gewusst, dass die den Teller bräuchte ich dann wirklich mitgenommen und hätte nie wohin gelegt. Einmal mit einem anderen Teller ausgewechselt. Sie hat's gemacht und sie hat mir ein Bild von meinen Titten geschickt. Warte, warte, sie hat dir ein Bild von deinen Titten geschickt. Nein, andersrum, andersrum. Okay, das hört sich spaßig an hier. Ja, und ich bin 13, also von dem her, die hat total... BITTE WAS?! DU BIST FBII OPENER! Und er kommt mit solchen Bildern? Jetzt wirklich? Ich hör schon, ich hör schon die Sirenen. Ich hab schon FBI-Klopfen gehabt bei mir, ähm, ich bin, ich bin 25, wenn man das mit 25 schaut, oder so, in einer Lobby hört. Alter, eben schon, das ist sehr unangenehm. Ja, ich krieg da sonst Probleme mit. Na, ganz schnell raus, Alter. PANFAR 13! Und kommt mit solchen Sachen, hallo?! Okay, Leute, bitte holt euch dieses Spiel nicht, wenn wir die haben. Nein, bitte nicht. Ich war grad in der Lobby, äh, ich bin froh, dass ich jetzt hier bin, tatsächlich. Ich war so kurz davor in den Knast zu... Och, nee. Bin wieder weg... Mütter. Mütter. Xion. Alle sind nachgecheuen, scheiße. Also, der rasch... Konzert, den Sozialminister! Schokozuckerl! 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 Schokoladezuckerl! Schokozuckerl und Schokozuckerl! Schokozuckerl! Schokozuckerl!